so ja dann werden wir mal hier lang gehen ich hoffe dass ich jetzt hier richtig bin also verwirrt mich gerade alles total also ich kann von hier aus komme ich dann dorthin wo ich will ich muss nach die mutter und programmieren muss ich noch ja okay das ist hier ja wir können mal gucken was wir hier finden programmieren muss jetzt noch entfurt wir machen erstmal das wir machen jetzt erstmal das gucken was das dann an gehen von hier nach hier ich hoffe dass das klappt erstmal diese bonusmission und Nein, nein, nein. Das bringt halt nichts, weil du kriegst dafür halt keine Erfahrung, kriegst dafür echt keine Erfahrung. So hier ist ein Ausgang. Da haben wir ihn, sehr schön. So, was muss man hier tun? Ich sag's mir, Spiel. Informationen. Oh, ohne Standort muss ich alle Feinde eliminieren. Hab ich das nicht schon? Oder sind jetzt wieder aufgeploppt, kann auch sein. Wie haut er hinten ab? Ja. 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 Wie? Ja. 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 Bring mal raus. Sammle Informationen und das Teil weg Perfekt Moment, also du, hier hin. Ebenfalls hier hin. Wie kriege ich denn jetzt den da unten dazu, dass der jetzt da unten bleibt? Warum kann dieser Idiot sich nicht verstecken? Was ist denn da dein Problem? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das echt nicht. Oh, dieser Vollidiot geht mit, also. So. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und weg. So. Ihr bleibt alle hier. Ich gehe jetzt mit dem jetzt hier mal ein bisschen. Notiz. Was haben wir hier? Gemütlich und ruhig. Ich kaufe sofort nicht ab, was er erzählt. Ich glaube, wir sind mit den NVA besser dran. Ich will auf gar keinen Fall. Ach, das habe ich da schon mal gelesen. Ja, es wiederholt sich halt bei den Gebieten. Okay. Ja. Kann ich nichts machen. Nein. Das ist auch nicht möglich. Der ist zu gut geschützt. Info Terminal. Cool. Okay. Okay. Ich gucke jetzt mal noch, ob hier noch irgendwas ist. Okay. 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 mal wieder. Okay. Okay. Mach mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spread out. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So. So. Mehr kann ich hier nicht machen. Da könnte ich den da hinten lautlos doch killen. Warte mal, es könnte vielleicht doch möglich sein. Habe ich den Dreifachschuss wieder? Ja, habe ich. Warte, ich gucke mir das nochmal hinten an. Die Frage ist, würde das hinten irgendeiner mitkriegen? Dann hätte ich jetzt halt das Teil verschwendet. Das wäre ärgerlich eigentlich. Wenn ich den da hinten lautlos, du machst 12 Schaden. 12 Schaden. Das Problem ist, das kriegen die doch mit, oder? Ja, das kriegen die mit. Das kriegen die da mit. Das ist mir eigentlich schon nochmal zu riskant. Okay, wir machen uns auf die harte Tour. Wir metzen alles nieder. Weil es ist mir zu riskant. Die sind zu naheinander. Und wie gesagt, diese lautlos Waffen sind halt nicht so lautlos, wie man das gerne hätte. Die sind halt sehr naheinander. Das ist halt das Problem. So, ähm, du hierhin. Ich wäre, ich glaube ich, weil du kommst erstmal hierhin. Scharfschütze. Achso, das geht hier bei dir nicht. Ja, stimmt, da war ja was. Warum kannst du den jetzt hier nicht sehen? Na, dann seht ihr nicht. Ich muss... Warten mal, aber hier müsste es doch gehen, weil der kommt doch die ganze Zeit hier lang. Komm. Das sage ich doch. Also hier würde es gehen. Gut, dann schicke ich dich jetzt wieder hoch. Ja, ich wollte schon sagen, geht das nicht. Natürlich geht das. So. Wir warten jetzt, bis der zurückkommt. Und dann aktivieren wir es. Den machen wir kalt. Den da vorne direkt auch. Das Geschützturm direkt an. Und dann sind die Einheiten hier vorne schon mal direkt erledigt. So. Showtime. Geht los. Wer kommt? Die müssen wir eigentlich da vorne alle wegkriegen. Vielleicht sogar den da... Ja, die müssen wir eigentlich wegkriegen. Wir gehen erst mal auf den Geschützturm. Oh, yes. Oh, yes. Perfekt. Oh, yes. Perfekt, perfekt. Oh, das Ding ist einfach so asozial böse. Das ist einfach so asozial böse. So. Würde ich hier nicht klappen. Kannst hier hin. Ist hier im Feuerschutz. All in position. Okay. Der kommt auch nicht ran, aber dann machen wir es halt mit ihm. Und dann sind die vorne alle weg. Krass. Perfekt. Na, Terrorist. Ja, nicht übertreiben. Ah, er hier noch, okay. Ja, dann würde ich sagen... Nachladen. Nachladen. Perfekt. Nachladen. Feuerschutz. Da können wir auch mal nachladen. Kann ich schaden. Feuerschutz. Und hier haben wir auch Feuerschutz. 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 Also er hat keine Schachstelle wenn ich das richtig sehe, er wird nicht glücklich wenn er mit uns da rankommt. So Und noch hier Fröschen Overwatch. Ich bin hit! Guarding area. 10, 10, 15, 20, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Ich bin hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Defending Setting the trap Setting the trap Reload A sniper, go get him In my sights Setting the trap Go to hell! Go to hell! Friendly down! Go to hell! 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 We're gonna have a little more fun.. and put all the 마음 full together- Well... we're gonna need to be a cada, On the path we just have to use. Let's replay that. Wir sind jetzt in ein NAA Lager, ja. Ich hoffe, dass das direkt jetzt da gegenüber ist, der Ausgang. Also laut der Karte, wenn du hier reingehst, geht es direkt nach oben und dann müsste da der Ausgang sein. Also das nervt, das nervt echt, das nervt wirklich wie eine Sau. Danke. So, und von diesem scheiß Lager jetzt zu... What's in what? Und das ist laut der Karte dann nach oben rechts. Ich glaube, hier haben wir alles gekillt, ne? Ja, das war das Gebet, hier müsste alles tot sein. Warte mal gucken, was gibt es denn hier noch? In der A-Lager... Nichts, okay. Oh, da ist es da hinten. Ja, dann muss es da hinten sein. So, und jetzt müssen wir da auch... Das ist Wahnsinn, warum? Warum? Ja, okay. Das Fort hier. Jupp. Fort Stanford, alles killen. Ach, du Scheiße. Gut, Leute, dann würde ich sagen, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von dem Part, bis dann. Das war's von dem Part. Das war's von dem Part. Das war's von dem Part. Wenn wir uns beim Plenstern beginnen. Nö nach oben stehen.